Jo, jo Leute, was geht ab hier zu einem neuen, kleinen Video? Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt einen Call of Duty Black Ops 3, a.k.a. einfach nur Black Ops 3 oder Call of Duty, je nachdem wie man es nennen will. Ja, ich lege jetzt die Tonspur dahinter und zeige euch das Gameplay. Und auf jeden Fall wird es jetzt so sein, im Sommer, das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ich werde auf jeden Fall Vlogs machen, ein paar Los Plays Touren vielleicht, werden auch dabei sein. So viel will ich jetzt noch nicht verraten, wo ich Ihnen sage, ich habe auch noch nicht. Es werden auf jeden Fall Vlogs bei einem See stattfinden. Da könnt ihr euch vielleicht schon mal das Video von Michlok XD anschauen. Mein Cousin, der macht auch YouTube, hat ein Video hochgeladen, ein Tag am See heißt das. Da hat eine, also er hat halt den Park so gezeigt und den See und ja, wir wollten dann letztendlich auch reingehen, haben wir dann irgendwie getan, aber naja. Auf jeden Fall checkt das Video mal aus, aber jetzt reden wir nicht über seinen Kanal, sondern über meinen. Ich werde Los Plays Touren machen, hoffe ich mal, wenn meine Kamera dann gut funktioniert, zeige ich jetzt mal meine Handykamera. Die kann in 720 Pixel aufnehmen, also 720p. Ich hoffe, die Qualität ist dann gut genug. Dann die, ich sage jetzt mal Vlogs an See, da wird es so ungefähr 10 geben, glaube ich. Immer jeweils 15 Minuten. Ich kann das jetzt nicht alles schon vorplanen, also ich sage es jetzt nur so ungefähr. Ja, ähm, wird es da auf jeden Fall auch geben, werde ich hochladen. Dann, ähm, ich glaube ich werde ein paar Tutorials hochladen, wie ihr Fortnite-Items selber bauen könnt. Ähm, und ich glaube, hm, also Gameplays werde ich auf jeden Fall hochladen. Ähm, wahrscheinlich im Sommer werde ich mich jetzt auf Overwatch und Destiny spezialisieren. Und hin und wieder Titanfall, da wird Fortnite eher seltener kommen. Ähm, das werde ich einfach dann privat spielen, Fortnite und Black Ops 3. Hauptteil im Sommer werden dann Overwatch, Destiny und Titanfall ein bisschen nebenbei, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, 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 sorry Leute, ich schlafe gerade halb, bin plein AFK. Äh, das wird dann Hauptbestandteil im Sommer sein. Was noch genau ich werde? Auf jeden Fall, ähm, mit dem YouTuber Jonas, 007, also Jonas heißt der, auf der Playstation heißt der Jonas 007. Auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, oder ich heiße SnipeKili1337 auf der Playstation. Ihr könnt mal eine Freundschaftsanfrage schicken, falls ihr auf der Playstation 4 spielt. Ähm, können wir vielleicht mal zusammen spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja genau, mit dem lieben Herr Jonas werden auch wahrscheinlich Videos kommen, ähm, wo ich mit ihm aufnehme. Ja, aber auf seinen Kanal, das wird dann wieder Fortnite sein, dann nehme ich auf seinen Kanal mit ihm auf. Ähm, mit Michelog XD, der wird wahrscheinlich in den meisten meiner, ähm, Vlogs, im, am See im Sommer halt, dabei sein. Ist mein Kursö, ich werde dann mit ihm aufnehmen, filmen. Das wird auch so kommen. Was ich auch noch fragen wollte, Leute. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr meinen Kanal? So scheiße, gut, verdammt scheiße, verdammt gut. Das würde mich mal interessieren. Ich, ich laber gerade so. Ich laber, Leute, ich merke selber, ich laber Bullshit und ich hab, ich hab mir auch gerade nichts aufgeschrieben. Ich hab, ich wollte jetzt einfach nur kurz eine, äh, Info für den Sommer machen. Hab einfach jetzt, äh, kurz, bin in Blackoffs gegangen, hab, äh, zwei Runden gezockt, das aufgenommen, ohne Stimme, sprich jetzt drüber und will einfach nur ein paar Infos machen. Ich hab ihm nichts aufgeschrieben, rein gar keine Vorbereitung, einfach nur so ein kleines Bullshit-Talk-Leben-Video. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Aber es wird um den, es wird um den Sommer gehen, großteils, da ist das einfach und so alt. Ähm, ja, was gibt's sonst noch so, den Kanal, wie ihn findet, hab ich ja schon gefragt. Ähm, ja. Ja, zu den Displays-Videos. Wollt ihr die sehen oder nicht? Interessiert mich jetzt auch. Dann die Vlogs werde ich sowieso machen. Dann, ähm, Titanfall, Destiny Overwatch, gefällt euch die Auswahl? Das will ich auch wissen. Ähm, das ist jetzt, das war jetzt das Wichtigste von dem Video. Ihr seht schon gewonnen, 10 zu 54. Auf diesen Sieg bin ich stolz. Ähm, ja, was gibt's denn sonst noch so zu labern? Der Endskill war ziemlich lecker, muss ich jetzt einfach so mal sagen. Ähm, ihr könnt mir mal, wenn ihr wollt, ich werde jetzt im Sommer wahrscheinlich auf Instagram tätig. Ich heiß dort, ihr scheißen dort, ähm, ich glaub, ich weiß gar nicht, wie ich da heiß warte. Äh, ja, ich heiß da so, wie ich halt ihn echt heiß, Kilian Gattere. Ihr könnt mich dort zusammengeschrieben alles. Äh, ihr könnt mich, ihr könnt mir dort halt folgen, irgendwas schicken oder so. Ich werde dann öfters im Sommer dann Storys machen, ähm, wo ich gerade so bin. Vielleicht können wir uns mal, vielleicht kann ich mich mal mit meinen Zuschauern treffen oder so. Also, ja, alles ganz nice und so. Also, äh, ja, wäre ganz cool, euch mal zu sehen. Wartet, jetzt ist jemand in der Party beigetreten. Hallo? Äh, ich bin grad beim Schneiden von dem Video. Ja, das ist hier keine Galerie. Beim Schneiden. Weil ich ne Tronspur drüber lege. Ich... Ich... Ich hab ein lautloses... Ja. Äh, ne. Schärfe. Ich hab einfach ein lautloses Gameplay aufgenommen. Und jetzt werd ich, ähm, wie heißt das? Eine zweite Spur drüber sprechen und dann, ja. Soll ich dich so lange stummen? Okay, passt. Ja, tschau. Ähm. Das war jetzt unerwartet, Leute. Sorry für dies... Ja. Für dieses... Ja. Ich hab nicht gewusst, ob der kommt. Ähm. Ihr habt's gesehen. Er will fort nicht mit mir zocken. Also er fort nicht mit mir spielen. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch ne Aufnahme machen sollte. Vielleicht mach ich's. Lasst euch überraschen. Ähm. Joa. Ja. Ja, platzt jetzt einfach so in mein Video rein. Ist aber auch egal. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob er jetzt einen YouTuber nachlacht. Ist auch ein cooler Typ und so. Der, äh. Äh. Ja, ich sag jetzt, äh. Nicht seine Daten nicht nötigen, die jemand auf der Playstation für ihn zu spämen. Ähm. Ich merke jetzt schon, das wird ziemlich chaotisch. Und ich glaube, ich kann jetzt noch nicht ne weiter eine halbe Stunde einfach labern. Ich hab jetzt das Wichtigste, Wichtigste einfach in irgendein Video, in irgendein Bullshit-Laber-Video reingepackt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt was daraus verstehen. Ich, ich fasse es jetzt nochmal am Ende zusammen. Es wird im Sommer kommen. Vielleicht Los Plays-Videos. Daily Vlogs am See. Oder auf jeden Fall Daily Vlogs. Ähm. Fortnite-Item selber nachbauen. Wird auch kommen. Dann wird Hauptbestandteil von Gameplay wird kommen. Overwatch und Destiny. Nebenbei vielleicht hin und wieder mal ein paar Titanfall-Videos. Ich werde mich auch benutzen und jeden Tag versuche ich ein Video aufzunehmen. Wenn ich einen Tag es nicht schaffe, tut es mir sehr leid. Aber ich kann halt nicht auch jeden Tag immer etwas machen. Aber ich versuche es für euch, Leute. Ähm. Ähm. Ja. Das war jetzt. Das, ich sag jetzt mal, wir müssen reden Video. Das letzte, also das Infovideo. Was so kommen wird. Ähm. Im Sommer und weiter so halt. Ich bin jetzt schon, okay ja. Ähm. Ich würde jetzt das Video eigentlich auch schon beenden. Ähm. Ich sag Tschau, eure Forelle. Ähm. Ja. Tschau, eure Forelle. Und ich geh jetzt noch ein bisschen schwimmen. Tschau. Es nein, ich sag nicht 1984. Es gibt ja vorstellen. Ich sag jetzt nicht vielen Schnellstühle. Und ich sage es mir hier nichts. Men Os agencies seid nicht gefallen. sondern systematisch b 그렇igen Ginger. Ich sag dir immer noch hin, ich sage » órghes. Wir machen ja fast Talk mitinton werden.